meine drohne ist runter gefallen und ich habe per internet alle ersatzteile bestellt dann möchte ich euch zeigen was ganz genau ich tauschen will also das ist die drohne diese bewegung im moment funktioniert nicht und ist genau die platine die hier unter dieser kurve steht der flex kabel ist in ordnung obwohl habe ein bisschen problem dass nicht so richtig geklebt ist muss ich vielleicht wahrscheinlich etwas machen wahrscheinlich nutze diese 3m kleber von gopro schneide einfach ein stückchen und ich setze in spezielle punkte dass die diese flex wieder klebt weil manchmal das lässt nicht dass der jimbal oder die kamera locker dreht gut also dann bereit zu zeigen so 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 das experiment die selbst reparatur von der phantom ist gut gelaufen diese kleine trick von die aufkleber von gopro hat super gut funktioniert das ist eine super super gute losung komplette komplexität kann ich sagen von 1 bis 10 kann ich sagen das hat ein 8 bekommen wenn jemand das video in normale geschwindigkeit sehen möchte nicht in dieser zeitraffer wie ich gezeigt habe einfach in der kiste von kommentaren schreiben ich mache es gerne aber die nicht ich nicht Vielen Dank.